Wie ist das? Geliebte Seele, ich frage mich gerade, wie ist das? Wenn ich deine Stimme das erste Mal höre? Wie ist das, wenn du das erste Mal meinen Namen rufst? Wie ist das, wenn ich das erste Mal in deine Augen blicke? Wie ist das, wenn ich das erste Mal deine Hand halte? Was fühle ich dann? Ist das so wie in meinen Träumen? viele male habe ich davon geträumt nachts bin ich wach geworden auf die uhr geschaut wie wird es sein wie wird meine stimme klingen wird sie leise und zittrig oder herzlich und war träume über träume wünsche oder wirklichkeit es ist so schön zu träumen es ist so schön so zu fühlen es ist so schön so anders zu sein sich lebendig zu spüren gefühle zu haben das herz zu spüren das blut wie es bocht an dich zu denken und in mir zu fühlen dass es fast kocht wie wird es sein ist das bloß ein traum ich wünsche mir dass dieser traum bleibt ich träume so gerne unter den sternen und wer weiß irgendwann wird der traum vielleicht auch wirklichkeit ich danke dir dieses gedicht habe ich selber geschrieben mit ganz viel gefühl und mit ganz viel liebe ich sende dir liebe und schön dass es dich gibt deine valeria ich danke dir ich danke dir Untertitelung des ZDF, 2020